ok wir haben jetzt was haben jetzt gemacht schacht öffnen 2 2 1 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 10 10 11 11 12 14 15 15 15 12 12 13 16 17 16 18 17 Oh, die kann ich vielleicht mit einer Explosion eliminieren. Ich weiß nicht, ob die da nah genug dran sind. Ich probiere es einfach mal. Ich mache Meldung, wenn ich etwas hier. Nix. Auf das FASTA. Verspottet es mich etwa? Hier stimmt das nicht. Das kann nicht gut sein. Wir sollten uns das ansehen. Nein, nein. Sturmtrupplerin am Boden. Ja, ist halt eine Explosion gewesen. Können wir nichts für. Sehr gut, er kommt. Verdächtig. Nein. Nix, zeig was du kannst. Ah, nein. Was ist das für ein Vieh? Lauf weg. Falsche Richtung. Nix. Du lenkst falsch ab. Ah, nein. Showtime, Kumpel. Falt das Ding ein. Oh man Okay, das hat gut geklappt. Jetzt sollten wir hier bequem den Behälter öffnen können. Oh, Credits. Kommt nix da hoch? Okay. Wie cool, dass nix von da oben den Blaster holen kann. Irgendwas müssen wir uns doch bringen lassen. Ja, sehr gut. Okay, da hinten der Turbolift ist wahrscheinlich unser Ziel. Kann ich den Blaster umstellen? Ich hätte gerne wieder... Ich meine... Nicht Plasma. Salve. Ionen. Das hier haben wir momentan. Das hier fand ich irgendwie besser. Mit dem schnellen Schießen. Wir können das Aussehen nochmal verändern. Was haben wir hier Neues? Den. Oh, nehmen wir den Roten. Wobei wir halt mit so einem schweren Schuss wahrscheinlich mit einem Kopfschuss die Leute schon ausschalten können. Wie kommen wir hier durch? Wie kommen wir hier durch? Ah, okay. Nix. Halt das mal für mich, ja? Da haben wir bestimmt... Vor allem, wie kommt nix jetzt schon wieder da rüber? Ah, da unten. Da ist so ein kleiner Schacht. Sehr gut gemacht, Nixi. Kommt wir irgendwie da runter? Gibt's da irgendwas? Und hier haben wir einen kaputten Lüfter. Jetzt erst. Öffnen. Ah. Erstmal hier hinten. Looten. Siehst du was? Umgebungsabtastung zeigt grün und die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Ausgezeichnet. Wenn die Rebellen wieder auftauchen, werden sie erlaubt. Tuck dich aus, Nix. Sehr schön. Was haben wir hier? Kontrollterminal vielleicht irgendwo? Kriegen wir angezeigt, wie viel Schätze es hier gibt? Keine Sch... Forschungsstation 57 ist das auch noch der Bereich. Also hier keine Schätze. Ja. Okay, da sind mehrere jetzt. Oh, drei Stück. Ist zu weit weg, die Explosion. Können wir einen herlocken? Wenn die nicht vorbeilaufen? Alles sauber. Nichts zu vermelden. Keine Probleme hier. Hallo, Leute. Ich pfeife. Alles klar. Hier ist alles gut. Hier gibt es nichts als Verbrecher und Gewänder. Nix. Es ist Showtime. Man muss ja genau aufpassen, wo jemand tritt. Hm. Na gut. Guter Junge. Nichts zu vermelden. Wir gehen da oben lang, glaube ich. Wir machen mal hier einen kleinen Rums. Vielleicht erwischen wir den da hinten. Nicht jetzt. Was war das? Ich kann nichts entdecken. Hier stimmt was nicht. Hier lang. Fucker, Alau. Sehr, sehr... Was war das? Hier lang. Hier stimmt was nicht. Ich kann nichts entdecken. Schauen wir mal nach. Ich lopp die jetzt alle hier hinter, oder? War doch nichts. Hm. Hier ist nichts. Genau, hier ist nichts. Da war nichts. Zurück an die Arbeit. Neu formieren. Das sind Geld. Das sind zu viele. Können wir einen hier? Oh, der kommt hierher. Los. Hier ist alles ruhig. Das kann nichts Gutes bedeuten. Das löst keinen Alarm aus. Nein. Ich habe Alarm ausgelöst. Das war's. Verdammt. Okay. Ich hoffe, wir sind da irgendwo in der Nähe. Ja. Oh. Sehr gut. Wir machen es jetzt relativ einfach. Wir gehen erst nach oben. Ich muss aus diesem Loch raus. Keine Vorkommnisse. Das ist doch nicht gut. Der hier oben ist... Ich löse Alarm aus. Nein, löst du nicht. Ich habe von denen nicht festnageln. Euer Freund. Es geht nicht. Ich habe Alarm ausgelöst. Wo ist denn dieses Alarmpanel hier? Vielleicht sollten wir das erstmal deaktivieren. Ich muss erstmal suchen, wo das Alarmpanel ist. Mit uns legt sich niemand an. Da hinten ist, glaube ich, auch ein Schacht. Vielleicht gehen wir auch einfach mal hier lang. Geht darauf, dass eure Blaster blitzblank sind, wenn die Offiziere kommen. Keiner da. Mir nach. Hier darfst du nicht hin. Ich glaube, ich habe gerade das Alarmpanel gesehen. Da hinten ist es. Ich musste mal gegen einen Gamora kämpfen. Das gesamte Team muss daran, damit wir ihn überwältigen. Oh, da ist auch noch ein Alarmpanel. Mach das Terminal kaputt, Max. Ich bin mal mit einem Lambda-Shuttle geflogen. Angenehmster Flug aller Zeiten. Die Zentrale zählt auf mich. Das dürfte jetzt die Sache einfacher gemacht haben für uns. Was haben wir denn hier? Die kommen schon wieder aus der Richtung. Was ist denn, wenn ich hier eine Granate werfe? Aber eine Granate ist wahrscheinlich nicht gut. Explosionen auslösen, alle ablenken und dann von hinten angreifen vielleicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ähm. Ähm. Das sieht nicht gut aus. Ähm. Ähm. Ich bin einsatzbereit. Bitte was? Wieso? Wieso ging das Pendel auf einmal wieder? Kamera deaktivieren, Sicherheitstür. Oh, wir müssen eh hacken. Oh. Einmal was Leichtes. Oh, die zwei sind richtig schon. Der ist der Erste, der ist der Zweite. Was? Achso. Haben wir alle durchprobiert. Na schön. Jetzt können wir uns auf jeden Fall hier nochmal umgucken. Was macht der Knopf? Der Knopf macht nichts. Das ist der geheime Weg und das andere... Wir gehen hier durch. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ah, das wäre die Sicherheitstür gewesen. Ach, warum sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Der Teil gehört dem imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, und den willst du dich nicht erwischen lassen. Schalten wir den Alarm ab. Was ist das für ein Ding? Ist nix. Leg los, Nix. Lass das nicht entkommen. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Wir müssen da rein die Kamera deaktivieren, weil die Kamera löst hundertprozentig Alarm aus. Ich brauche eine Ablenkung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, gucken wir mal. Draußen ist auch nichts mehr los gerade. Nichts, geht zu dem Terminal. Ich bin jetzt beim Abhörposten, glaube ich. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Da können unsere Freunde rein. Äh, deine Freunde, Gidek. Okay, ein Forschungslabor. Was ist das, entwickeln die hier irgendwie auch noch die Roboter? Ich glaube, wir können die hier eine nach dem anderen langsam eliminieren. Dass der das vor allen Dingen nicht hört, hier. Na, na, na. Na, na, na. Die sind alle super abgelenkt. Da hinten ist auch noch einer. Das wäre beinahe schiefgegangen. Ist auch keinem aufgefallen, dass sie so mitten im Satz einfach abgebrochen hat. Oh. Was haben wir denn hier? Können wir das irgendwie deaktivieren? Da oben war auf jeden Fall ein Terminal, was wir deaktivieren konnten. Oder zumindest was wir hacken konnten hier. Hier drüber habe ich ja keinen übersehen, oder? Da liegt noch was. Da liegt noch was. Nix. Da drüben. Bring mir das. Toll gemacht. Sehr schön. Braver Nix. Verteidigung abschalten. Erledigt. Fertig. Gut. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Nur mal kurz rein Interesse halber, wenn wir das abgeschaltet haben. Wenn wir das abgeschaltet haben, ist das... Ich bin fast da. Wo bist du? In einem Wartungsraum außerhalb des Viperlabors. Beeil dich, bevor mich jemand bemerkt. Das wäre eh unser Ausgang gewesen. Und ich habe gedacht, ich habe hier ein cooles Secret entdeckt. Oh. Das ist ja. Okay. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Droide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten. Dann dreht er den Rest der Viper-Droiden um. Haha. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Kanto Grant gehackt haben. Du willst einen Kampf-Droiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheits-Hack. Er hat neue Funktionen. Ah, na sie mal an. Da lang. Ich komme nach, wenn es sicher ist. Wow. Natürlich. Wir machen dir den Weg frei. Da sind wir hergekommen. Es ist sicher. Hier ist keiner in diesem Raum. Wir können hier auch nichts machen, oder? Gibt es hier irgendwas zu mitnehmen? Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Leeres Labor kommt sofort. Hm. Die Frage ist... Kann ich den einfach umnieten? Die Frage ist... Der oben sieht er uns, wenn wir den hier unten umnieten? Wir machen erst mal den Alarm aus. Und dann wird es auf jeden Fall einfacher gehen. Ich probiere es jetzt einfach. Der da oben, der sieht doch nichts, oder? Der oben ist wirklich blind. Der guckt da stumm auf seinen PC. Hallo. Wir sind auch noch da. Ist gut. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Droiden. schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Taifun-Staffel? Wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorgt uns diesen Droiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran. Machen wir gleich. Geht es zufällig hier oben? Geht natürlich nicht hier oben. Na dann. Eine Runde hacken. Oh. Das ging schnell. Kraftfett ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im Sozir. Halt sie die Stundung verbleiben. Feuer! Bleib, bleib! Verliebt es nicht! Müssen Sie! Feuer frei! Verstärkung! Ich bin in einer versteckten imperialen Basis. In einer Schlucht. Im Dschungel. Halt einfach nach Explosionen Ausschau, ja? Wir heuern nie wieder einen deiner Kontakte an. Oh nein! Ich brauche Verstärkung. Oh! Sehr gut. Ein Eindringling! Feuer eröffnet! Bestätigt! Grundtatt, Jungs! Oh! Gar nicht mal schlecht! Noch mehr? Noch mehr? Ich bin in einer Seite mit mir. Ja, ich bin in einer Seite mit mir. Wer seid denn da? Ich bin hier. Ich komme nicht rein. In Ordnung. Ich versuche die Tür zu öffnen. Machen wir gleich. Äh, die Tür hier wahrscheinlich, oder? Nicht die Tür? Die Tür? Welche Tür denn jetzt? Oh, was haben wir hier? An welche Konsole müssen wir? Müssen wir wieder hier oben an die? Vielleicht müssen wir nach oben. Ah, jetzt müssen wir an die Konsole. Ich hab Sturmtruppen am Hals. Okay. Blastergewehr? Hat das jetzt geklappt? Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Es ist nichts. Wir sollten weiter. Ich glaube, er wurde erwischt. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir brauchen deinen Weifer-Druiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Kay, bring den Weifer-Druiden zum Hangar. Wir sind weggegangen. Wir sind weggegangen. Hier raus. Folge dem Druiden. Wir sind ganz schön langsam, wenn wir dem Druiden folgen. Oh, wahrscheinlich kann ich die Waffe eh nicht mitnehmen. Keine Sorge, ich hab die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Ja, ja, wir laufen ganz langsam. Wir haben hier... ...die große Wumme mit dabei. Okay. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich die Wumme hier liegen lassen soll. Das ist wirklich relativ nervig, so langsam, wie ich gerade laufe. Kann ich... Oh, wir können ein bisschen sch... Wir haben sie automatisch fallen lassen. What? Haben wir jetzt Ruinen auf unserer Seite? Oh. Na dann, können die Gegner ja kommen. Oh, da drüben. Oh. Den da hinten noch, bitte. Können wir den auch markieren? Oh. Scheiß sie nach Kochen. Oh. Wer soll das denn? Oh. 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 Nicht erschienen. Los, los. Die lassen einfach nicht nach. Die knackt. Oh. 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 Ah, vier Gegner während einem Adrenalinschub. Habe ich noch nicht besiegt. Wir wollen doch nur einen großen Schatz bergen. Oh, wir verlassen den Planeten. Unglaublich. Vielleicht sollten wir erst dem Imperium entkommen, bevor du Bewertungen abgibst. Gut festhalten, Leute! Gedeck rekrutiert. Sehr gut. Oh, Gesetzlosenhose haben wir bekommen. Kay hat sich mit ihrem früheren Partner, dem Druidenschmied Gedeck getroffen und ihn rekrutiert. Sie half ihm und der Rebellion, ein gefährliches imperiales Druidenprojekt in einer geheimen imperialen Basis lahmzulegen. Kay ist ihrem Ziel ein Stritt näher gekommen, den Raubzug durchzuziehen, das Todesmahl loszuwerden und genug Beute zu machen, dass sie und Nix ausgesorgt haben. Und wir werden jetzt gleich ganz viele imperiale TIE Fighter ans Kleber wahrscheinlich. Bis bald! Bis bald! Aaaац... millennium 10 10 20 8 10 9 Untertitelung des ZDF für funk, 2017